Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie wollt ihr, dass ich da einbreche? Der Alte bleibt bis morgen im Krankenhaus. Ist ja keiner da, ist ja quasi geschenkt. Vorschlag. Ich helf dir in deinem Porsche. Dann hilfst du mir mit den Zahlen, okay? Ja, also ich bin froh, dass sie da sind als Pflege... Pflegekraft. Charlotte Palmenberg, die Enkelin. Und sie sind? Degenhardt. Degenhardt. Degenhardt hart. Wir sind eingeschneit. Scheiße. Ihr müsst mich hier rausholen, verdammt. Kostet 10 Euro. Bist du bescheuert? Ich glaube, wir kommen hier nicht wirklich weiter. Ich lege auf. Fix. Du kannst dann übernehmen. Super, Hamm. Er hat noch Probleme beim Schlucken. Du kannst ihn dann unten im Bad waschen. Er riecht ein bisschen. Ich glaube, schon weg. Das war die Luft. Du atmest durch den Mund, das sehe ich doch. Nee. Wo ist der Scheiß-Safe? Fuck! Du gibst dir so viel Mühe. Danke. Okay, zieh mich aus. Bitte? Mach dich mal locker, Jackie Chan. Schatz! Fuck! Degenhardt! Degenhardt? Was für ein Scheiß-Name. Ja! Degenhardt! Ciונ. Wie ist die Welt? Schatz! Wil. es Worsendlich? Von Schatz! Gut.